Willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception Remastered Hier kann man hochklettern Da gab es wahrscheinlich mal einen Schatz, aber den habe ich sogar ausnahmsweise Ja, wir sind jetzt hier in Kapitel 5, London Underground Wir versuchen immer noch diesen, äh, dieses komische, wo der Ring reinkommt, zu finden, denn die haben ja nur so ein Fake genommen Was ist denn jetzt los? Hey? Will nicht? Oh Na dann Ja 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 Das ist schon da. Das funktioniert nicht. Du hast es? Ja, das ist gut. Uh, London. Was denn? Ah. Hier komme ich jetzt da runter. Hier ist Marlons' Auto. All right. Hier ist es. Hier ist es. Hä, nein. Das kannst du nicht sagen. Hm, ich kann sie wirklich nicht mehr zücken. Meine Fresse, warum denn? Was willst du den Leuten sagen, wenn die da kommen mit Waffen? Den Gegnern? Keine Waffen mehr. Schießen verboten. Es ist nicht mehr Amerika. Nein, da war ich so gut. Nein, da war ich. Ja. Ja. Kein Schatz. Nicht zu glauben. Arbeit immer noch. Ja, das ist auf jeden Fall leise. Es wird weirder. Oh, das Stonwerk. Es sieht aus wie Tudor, 16th century. Was? Diese Pläne ist wirklich starten zu geben. Hm. So gemein. Was? Ja, ich kann sie nicht mehr zucken. Wenn ich sie zuckt, dann tut sie direkt weg. No more guns. Ja, real smart. Hey, over here. No, 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 no. Seriously. Wer sind diese Leute? Ich bin nicht interessiert in deine Entschuldigung. Er war ein verbruch. Und du sollte es wissen. Ja, es ist regrettabel. Aber... Nicht regrettabel. Sloppy. Ihr schlechtes Entschuldigung könnte uns alles kosten. 400 Jahre von Searchen. Was ist das? Ich verstehe. Das ist eine Entschuldigung. Das ist ein Verbruch. Was ist das? Das ist nicht möglich. Ich habe es selbst verabschiedet. Das ist nicht der Ring. Wirklich? Ich habe ihn in meine Hande. Ich habe ihn auf seinen Kopf gesehen. Das macht nicht Sinn. Wir haben ihn nicht verabschiedet. Wir haben ihn verabschiedet. Ja. Ihr Männer, anwenden und bleiben. Wir haben ihn verabschiedet. Wir haben uns verabschiedet. Sie, mit uns. Find sie und bringe mir diese Ring. Ich bin kein Problem, wie Sie den es entstanden haben. Hm. So. Jetzt wird es cool. Hm. Jetzt lernen wir hier die Sterben oder wie? Was will der? We need to use the Silences. 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 Alter. Junge. Nur wenn ich die Züge sagen die das. Ach du heilige Scheiße. We need to use the Silences. Ja. Ja. Look at all this stuff. Nate. Focus. We haven't got much time here. Yeah. Yeah. What are you? My God. Do you know what this is? It's a book mate. There's a lot of them in here. It's a library. It's not just any book wise ass. It belongs to T.E. Lawrence. You know Lawrence of Arabia. Yes, yes, yes. I know, yes. This was mail from Dorset on the day of his motorcycle accident. May 13th, 1935. You must have killed them once they got their hands on it. They? Yeah, they, they, them, whoever these people are. What a lot of rubbish. It was an accident. Witnesses saw a black car run him off the road. Guys. Oh, so it was like a big cover. Maybe. Nate. What? That thing that you have been waiting 20 years for? Right. Okay. Here we go. L. O. H. D. N. Huh. What is it? Ah, it's... Long hidden. What? Shh, shh. No shit long hidden. Are you kidding me? No offense mate, but your ancestor was a right asshole. Just shut up. It's an anagram. Golden Hind. The Golden Pine. What? It's gonna be something hidden in this room. Alright, spread out. See what you can find. What? No? The Golden? It could be a model, maybe a painting. No? Golden. It's gotta be here. It's gotta be here. The Two. The Golden. The Golden. Buckland happy it's a place you've never been there move on well there's a chair there in the wood of his shit maybe it's hidden in there I suppose it could be but no no it's gotta be here oh shit it's a trap they're here take cover oh my god it was right I went to Arabia mate we could use a little elk here come on mate let's go what the hell are you doing grab the journal and the cypher dish got it go run out of ammo grab their weapon go 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 click on go 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 was ist denn das, oh, ha, jetzt weiß ich was er sieht, ja, so, nimm mal, oh, so, ah, und jetzt, hä, ach, ach so, alter ist die laut, ach du kacke, oh, ey, das war so cool im zweiten, da konnte man einfach so springen und dann einfach so schnell schieben, es geht noch, und ich habe gerade sogar einen Quick-Term-Event gesehen, ich weiß, was das macht, und warte mal, kommt da einer her, ja, man, komm her, nein, das ist Ali nicht, das ist mein Freund, der tötet die einfach, mhm, vielleicht zwar, um den auf den drauf zu springen, nicht wahr, warte, jetzt kommt er gerade her, Moment, ey, Britte, 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 nein, das parkt hier so rum, von wegen hier irgendwie, jetzt, zack, im vierten kannst du einfach auf die drauf springen, dann macht das automatisch, ich muss so auf das Quick-Term-Event warten, also quasi, dass auf die Ecke angezeigt wird. Nein, so Das war's für heute. Hey, there's a ladder. Come on, hurry up! Warte, geht das sogar noch? Moment. Ja, okay. Na, einfach nur auf den Schießknopf drücken, wenn du eins geworfen hast und er schießt es direkt an. Ich habe auf Schätze gehofft, nichts dergleichen. Oha! Alter! Super, ich weiß genau, wo das ist. Oha! Oha! Da hat's mir vielleicht ein Leben mal. Hey! Alter, chill! Junge, geh weg! Junge, hau aah! Piss dich! Mann, Alter, ich will dir was cooles zeigen. Ich will euch was cooles zeigen. Ja, perfekt! Aber das ist nicht so gut. Aber das ist nicht so gut. Tja. Ja. Chloe, kannst du dir das? Wir kommen aus dem alten Norden Atmosphäre Station. Wir kommen aus dem alten Norden Atmosphäre Station. Wir kommen aus dem Zeitpunkt. 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 Ich bin aus dem Zeitpunkt. Du schraubst da. Mit Tolga. Alter! Nur! Stau. Du schraubst da. Du schraubst. Schöne Welt raus. Junge, diese scheiß Foto-Modus, wie geht der eigentlich überhaupt? Jetzt hab ich's auch ausgefunden. Wunderschön, oder? Perfekt. Das ist scheiße, scheiße. Warte, hier backt das Spiel sogar manchmal. Diesmal nicht. Manchmal fehlt dann nämlich dieses Schloss an der Kette. Da kannst du's gar nicht schaffen. Da musst du neu, da musst du Kontrollpunkt neu laden. Komm schon! Komm schon! Geh! 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 Sollte der Mann sagen, du solltest mir auch schlafen, denn ich muss das ganze Ding anziehen. Cheers. Auf den Job? Ja. Ja. Willst du uns sein, darling? Ja. Ja. Die Karte zeigt es. Drake hat sich nicht in den Indien für sechs Monate geschaut. Er hat sich direkt durch und geht nach Ray-Hand. Genau. Hier ist es interessant. Sie sehen, Mark? Das ist John D. Wer ist John D.? John D. Ein von der Frau Elisabeth. Jeder kennt das. Ja, er war ein großartiger Mathematiker und Navigator. Er ist viel vor dem Zeitpunkt. Er ist wahrscheinlich derjenige, der das entwickelt. Es ist wirklich eine wirklich schreckliche, dunkle. Ja, er hat sich alle seine Letters zu der Frau mit diesem Symbol. Das bedeutet, dass er ihre Augen ist. Der Original 007. 007. Das ist nicht wirklich so relevant. Also, es war John D. der von Drake nach Arabien? Ja, es sieht so aus. D. und Elisabeth. Und Wolfsfeld. Great, aber was für? Das ist die Million Dollar Frage, nicht wahr? Und das ist wo T.E. Lawrence kommt. Ja. Sie sehen, bevor Lawrence wurde Lawrence von Arabien... Great Film. Er war ein Archeologer. Und sogar wenn er nur ein Kind war, er war mit der Geschichte. Alles zu tun mit Nights und Krusadern. Und er hat alles zu tun, dokumentiert alle Krusadern, die er konnte finden. Es ist alles hier drin. Okay, du hast mich komplett verletzt, Kind. Was ist das überhaupt mit Drake? Ich verstehe. Sie sehen, nach dem Krieg, Lawrence sagte, dass, wenn er immer wieder zurück in Arabien wäre, wäre es, um zu suchen, für diesen Ort, den Atlantis der Sand. Jetzt ist die Geschichte immer wieder zurückgefallen, unter verschiedenen Namen. Ubar. Uram der Pillars. Die Stadt von Brassen. Aber die Geschichte ist immer die gleiche. Oh. Die Stadt von unverlässigem Glauben. Destroyed von Gott für ihre Arroganz. Die Stadt von Arubakali. Die Stadt von Arubakali. Genau hier. Ich mag die unverlässigem Glauben. Die Stadt von Arubakali. Und du denkst, das ist das, was Elisabeth und Dee senden Drake? Oh, ja. Und mehr wichtig, das ist das, was Marlowe senden. Also, warte. Wenn Drake auf eine Mission von der Königin zu finden, um dieses Ort zu finden, in der Secreis zu finden, ich meine, es sieht, dass er viel Probleme hat, um was er gefunden hat, sogar von ihrer Majestät. Ich weiß nicht. Oh, ich bin sorry. Was war das? Nein, warte mal kurz. Weil, wenn du das letzte Mal, dass wir in der Welt gegangen sind, um die Welt zu suchen, für eine loste Stadt, die Dinge haben. Ja, aber diese Zeit haben wir die Oberhandel. Hey, look. Drake hat nur halve die Beispiele. Lawrence hat nur halve. Wir haben beide. Und Marlowe hat nichts. Ein kleiner Problem. Der Rublekali Desert. 600 Kilometer entfernt. Die Beduins gehen rund um die ganze Zeit. Und wenn wir wissen, wo es war, das wir nicht, wir würden sterben, versuchen wir zu finden. Just, hold on. Siehst du diese Symbols hier? Ja. Sieht aus wie Sabian's Crypt. Sieht aus wie Sabian's Crypt. Sieht aus wie Sabian's Crypt. Schau, die Crusader waren für die gleiche loste Stadt vor 1,000 Jahren. Aber aus all die Seiten von Lawrence's Dokument, nur zwei sind mit diesen Symbols. Eine in Syrien, die andere in Frankreich. Oh. Nein. Wir gehen in Syrien. Wir gehen in Frankreich. Schau, wir tracken diese Kluge. Wir finden Lawrence's loste Stadt. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Nein, ich bin sicher. Wie werden wir über 600 Kilometer von unmöglichen Wastelanden? Es ist in der Mitte des Zers. Also, technisch, es wird über 300 Kilometer. Ja. Ich weiß nicht, wir werden es herausfinden. Wir werden die Kluge wenn wir da sind. Genau. Was sagst du? Was sagst du? Was? Wir machen es. Wir machen es. Wir können diese Kluge Ich glaube nicht. Keine. Es sieht aus, dass wir den restlichen Weg gehen müssen. Was? Wir lassen es dir, um einen frischen Wald zu finden, in der Mitte der Franke. Wir sind definitiv in die richtige Richtung. Chateau sollte hier sein. Nicht zu weit. Das ist ja aber auch interessant, weil wir wissen ja, dass Drake, also Sir Francis Ray, in Drake's Fortune, als er El Dorado gesucht hat, gestorben ist. Dann kann er das ja nicht gemacht haben danach. Das heißt, er hat davor die Wüste, also die Stadt, gesucht. Aber was er gefunden hat, das ist die andere Frage. Wir werden es auf jeden Fall noch herausfinden gegen Ende des Spiels. Aber ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part hier in Frankreich in Kapitel 6. Und ciao.